Was eine Kaserne über dich aussagt, eine kurze PowerPoint-Präsentation. Wenn du in Bad Reichenhall stationiert bist, dann wurdest du höchstwahrscheinlich im Karrierecenter mit dem Spruch gelockt, arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Dann hast du aber schnell realisiert, dass die ganzen Gebäude von 1934 sind und man auch keine Löcher in die Wände bohren darf, weil angeblich Asbest überall darunter ist. Deshalb fährst du nach Dienst immer nach Salzburg, weil in der Kaserne nach Dienst nicht viel passiert und in Bad Reichenhall nur Rentner unterwegs sind. Nachdem du in Salzburg dein Unwesen getrieben hast, fährst du danach wieder zurück, um deine Mulis zu streicheln. Nachdem du die Mulis gestreichelt hast, gehst du wieder zurück zum Auto, um dann verwundert zu sehen, dass wieder der Kasernenfeldwebel irgendwelche Strafzettel verteilt hat. Welche Kaserne soll ich als nächstes präsentieren? In dem Sinne...